Musik Eugen Jung ist einer der letzten Köhler, die Holz im traditionellen Verfahren zu Kohle verwandeln. Das Holz für die Holzkohle bezieht Eugen Jung aus den Staatswäldern. Eugen Jung macht seine Holzkohle hauptsächlich aus Buchenholz. Je nach Verwendungszweck werden aber auch andere Holzarten benutzt. Die Kohlplatte, die Arbeitsfläche des Köhlers. Ihr Untergrund wird von einer 50 cm dicken, festgestampften Lehmschicht gebildet. In der Mitte der Kohlplatte stellt der Köhler das Füllhäusel auf. Einen Sack mit angesenkten Holzkohleresten oder Fichtenholz. Dieser bildet den Feuerschacht, das Herz des Meiners. Von hier aus wird später der Schwelvorgang eingeleitet. Die Meiler im Nassachtal sind zwei Stoff. Eugen Jung verlängert den Feuerschacht mit einem zweiten Füllhäusel. So entsteht allmählich ein sich nach oben verjüngender, iglu-förmiger Meiler. Die Köhlerei war einst im Schurwald ein weit verbreitetes Handwerk. Seit dem 18. Jahrhundert ging sie langsam zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg brannten im Nassachtal noch neun Köhler Holzkohle. Heute betreibt nur noch Eugen Jung die Köhlerei im Vollerwerb. Der fast fertige Meiler hat nun einen Durchmesser von fünf Metern. Acht bis neun Raummeter Holz wurden bisher aufgeschichtet. Eugen Jung deckt den Meiler mit feuchtem Heu ab. Das Heu bildet die Grundlage für ein weiteres Material, das Gmiel, das aus feinen Kohleresten besteht. Musik 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 Das war's für heute. Über die Deckschicht aus Gmiel reguliert der Köhler später die Luftzufuhr und den Rauchabzug. So steuert er den Schwelvorgang. Bei verminderter Luftzufuhr verflüchtigen sich Wasserstoff und Sauerstoff in einer Art von trockener Destillation. Untertitelung des ZDF, 2020 Frühmorgens am dritten Tag. Eugen Jung zündet den Meiler an. Zuerst entfacht er ein Feuer am Boden. Zuerst entfacht er ein Feuer am Boden. Mit der Glut entzündet er den Meiler am Kopf des Feuerschachts. Von hier aus frisst sich der Schwelbrand langsam durch gewaltige Mengen Buchenholz. Ein unsichtbarer, aber energiegeladener Vorgang. Wie alle chemischen Vorgänge muss auch der Schwelvorgang im Innern des Meilers ständig kontrolliert und überwacht werden. Elektronische Messinstrumente gibt es nicht. Nie darf der Schwelvorgang sich unkontrolliert verselbstständigen. Windiges und trockenes Wetter sind ungünstig. Der Köhler schätzt eine ruhige und feuchte Wetterlage. Er braucht viel handwerkliche Erfahrung und muss mit wachen Sinnesorganen bei der Sache sein. Hören, sehen, riechen sind wichtige Grundlagen seiner Tätigkeit. Mit Löchern, die Eugen Jung unterhalb der Glutfront in den Meiler sticht, steuert er die Luftzufuhr. Wasserdampf und Rauch entweichen durch die Abzugslöcher im Deckmantel. Weiß muss der Rauch über den Meiler hinziehen. Ist der Rauch aber blau, dann sieht der Köhler schwarz. Ein Alarmsignal. Im Meiler ist es zu Einbrüchen gekommen. Statt nur zu verschwelen, verbrennt das Holz im Innern. Der Schwelvorgang dauert drei bis vier Tage. Eugen Jung arbeitet allein auf der Kohlplatte. Ja, dies ist ein Durchschnitt von unserem Meiler. Was ihr hier seht, das schwarze, diesen schwarzen Rand hier rumzu, das ist das Kohlemehl, wo wir unseren Meiler mit abdecken. Dann kommt darunter eine Heuschicht. Was ihr hier dann seht, das ist das Füllhäuschen. Und darin stecken wir unseren Meiler an. Denn der Meiler wird von oben angesteckt, muss von oben nach unten schwelen. Dann verteilt sich das von innen nach außen, die Schwelung. Und wenn eine Schwelung hier unten ist, auf dem Boden, dann wissen wir, er ist fertig. Und das dauert ungefähr drei bis vier Tage. Und dann können wir ihn ausnehmen. Einen Tag nach dem Anzünden des Meilers. Jetzt erreicht der Schwelbrand die höchste Temperatur, rund 800 Grad. Eugen Jung muss den Meiler mindestens alle drei bis vier Stunden, bei Tag und Nacht, bei jedem Wetter, kontrollieren und beobachten. Der dumpfe Klang beim vorsichtigen Abklopfen des Meilers verrät dem Köhler, wie weit der Schwelbrand im Innern fortgeschritten ist. Je mehr Zeit der Meiler zum Verschwelen hat, umso besser ist die Qualität der Kohle und umso höher ist der Ertrag. Damit der Schwelvorgang nicht zu rasch verläuft und die Deckschicht nicht abbröselt, wird das Gnil ständig befeuchtet. Wie ein Schmied ist der Köhler ein Meister, der die einander widerstrebenden Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, beherrscht und im Gleichgewicht hält. Dies erfordert Ruhe und Konzentration. Nach Ende des Schwelvorgangs braucht der Meiler Zeit zum Ausglühen. Er muss einen Tag ruhen. Der Abbau. Am frühen Morgen nimmt der Köhler den Meiler auseinander. Der Gnilmantel wird mit Schaufel und Rechen abgestreift. Noch herrscht im Meiler eine Temperatur von 200 bis 300 Grad. An heißen Nachmittagen wäre die Hitze unerträglich. Der Abraumvorgang geschieht in einem enormen Arbeitstempo. Die glühende Kohle verbrennt, wenn sie mit Luft in Verbindung kommt. Das muss unter allen Umständen verhindert werden. Durch dosiertes Löschen. Auch werden Kohle und Miel nochmals aufgeworfen, um die Restglut zu ersticken. Der Abbau dauert mehrere Stunden. In dieser Zeit arbeiten Eugen und Irmgard Jung sehr konzentriert. Ständig kontrollieren sie den Kohlenkranz, um kaum sichtbare Spuren von Restglut zu entdecken. Probleme mit dem Verkauf seiner Erzeugnisse hat Eugen Jung nicht. Früher lieferte er die Holzkohle auch an Gießereien. Heute beliefert er vor allem Gaststätten und Privatleute, die Holzkohle zum Grillen verwenden. Im Vergleich zum Holz hat die Holzkohle enorme Vorteile. Sie hat die Hälfte an Volumen, ein Viertel an Gewicht, liefert nahezu das Doppelte an Hitzeleistung und verbrennt fast rauchfrei. Ich bin drei Tage schon der Köhlerei in Ihrer Familie. Ja, über 400 Jahre. Und wie bist du dazugekommen zur Köhlerei? Ja, ich habe Müsse, weil mir waren vier, also ich habe noch drei Brüder geholt. Einer ist gefallen und er ist gestorben. Und dann habe ich Müsse da bleiben und das weiterbetrieben, die Landwirtschaft und Köhlerei. Hast du mal gesagt, warum hätte es keiner mehr weiterbetreiben wollen? Ja, vielleicht so schwere Arbeit hat und verdienst ein bisschen wenig. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020